Willkommen zurück auf The Game Universe. Der Jan und ich, wir sind wieder in WC3 beim F.O.C. Jo, weil es viel Spaß macht. Ja, natürlich Endlos-Kinds, hallo? Ich meine, wo sind wir denn hier? Wir sind ja auf The Game Universe, da wird gezockt, bis man stirbt. So, dann spiele ich jetzt nochmal. Wer ist Schneider? Stopp, das Spiel. Ah, okay. Inuyasha, wir wollen Inuyasha sehen, wir wollen Inuyasha sehen. Ja, der Dittashi. Hilfe für uns! Hilfe für uns, komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Teamarbeit! So, jetzt müssen wir jetzt einfach mal bei zwei bringen, damit wir Full-Damage raushauen können. Bin ich schon. Ja, toll. Ich jetzt auch gleich! Ich jetzt auch! Achtung, Schneider! Ja. Ich bin weg. Execute! Der Held unseres Verbündeten ist gefallen. Er kann gegen zwei, das will ich am Level 10 sehen. Hat er das gesagt? Er hat gesagt, er kann gegen zwei. Er hat gesagt, er kann gegen zwei. Das will ich gegen... Das will ich gegen... Im Team können wir sogar gegen vier. Ja! Ja, der kommt wieder. Ja! Ja! Hau ihm auf die Fresse! Immer mitten in die Fresse rein! Das hängt voll in die Fresse! Nein! Wollt ihn gerade wie das dann! Jetzt gibt's volles Hund aufs Maul. Ja! Das tut mir leid Quincy. Wo ist Quincy Jones? Da wäre es Schneider oder das wird abgehauen wieder. Nein! Ich werde, der ist vorhin gleich wieder. Na komm, spawnen die Sonnermitte. Wir wollen alle unseren Spaß haben, nicht nur du. Da hat Fritz gerade seinen Shinkai angeschmissen. Zenbon Sakura. Das ist Amy Bleach. Kichiki Byakuya. Ich kann den Namen bis jetzt noch nicht aussprechen, aber ich mag ihn. Du zeigst, dass du blitzig aus. Ja. Unser Held ist gefahren. Du gefühlt es. Huuuuh. Schliert seine Helder. Ja, ich blende sie. Ich darf das nicht machen. Hauptsache du spielst dich wieder deine Zero Mistreys. Nein. Mit Lukia, dann mache ich die ersten drei Team-Fall-Solo. Einfach mein Level 10 nur Fähigkeit an. Macht's dir Spaß? Irgendwie schon. Okay, Franzis, lass es doch mal. Ja. Sonst brauchst du den Tiefeld gleich alleine. Nein. Den machst du. Ich hab jetzt genug getan. Siehst du, ich arbeite wenigstens für mein Geld. Ich auch. Ich töte Minions dafür. Okay, ich lass euch lieber. Ich hab schon mal eine Level 10-Unti. Oh, 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 oh. Das war das Handy. So, dann Jan, tu mal was für's Geld. Nein. Ich bin nicht Ulukria. Wenn ihr auch nachher Inuyashas, ähm... den kleinen Ausraster seht, dann wisst ihr mal Bescheid, wie das richtig hier abgeht. Oh ja. Die gute Formzeit beginnt nun. Ja, ne? Ah, da bin sie zu dir, um den Boss zu kreisen. Wird eh nix. Ich muss Level 20 werden. Ich auch, dann kann ich nämlich bei den Drachen fangen. Ich auch. HONDO! Töt ihn! HONDO! 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 Oh! Oh Jan, der ganze Farm! Ja, komm her! Orgasmus! Jetzt! Komm her zu den Golems! Komm! Oh ja, einen Moment! K! 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 HONDO! K! K! wenn er ist Ich weiß, das ist jetzt echt Morbini, was er... Ich glaube, ich bin schon Level 20, aber... was? Ich bin Level 20 Ich kann gleich bei den Drachen fahren Ich bin Level 20 Ich bin Level 20 Wo ist Schneider? Ja, aber die Fähigkeit von Quincy, warum er ihn Wer ist Schneider nennt Eigentlich heißt es auf Deutsch Seelen Schneider, sagt er auch im Anime Aber man versteht nur Wer ist Schneider So, und nachher, wenn ich alles ready habe Oh, was soll's Das ist in Yashos eine Ulti Wie ihr sehen könnt, Eras ist so richtig aus Er könnte alles nur kaputt schlagen Und da seht ihr wie Fritz Farmen geht Oh, herrlich Oh, herrlich Oh, herrlich Oh, jetzt lass sie Okay Oh, herrlich Hallo, wir machen ein bisschen. Haben fast genug für unser Reiter. Jetzt haben wir genug für unser Reiter. So, da haben wir unser Item. Frag schon mal gegen wen sie fighten wollen. Okay, ein und ein. Ich nehm beide. Ich nehm beide. Ich nehm beide. Ach ja. So. Wir sind am blödesten. Frag mir das und das und. Einmal die Vollkombo. Unser Held ist gefallen. Hi Fritz. Hi. So, da links und so ein paar Geschwächt. Angeschwächtes Skelette. Ja, das sehe ich schon. Dann will ich auch jetzt gleich unbedingt kennen. Mein Universum hat sie angehettet. Das ist ja immer Fritz seine Vollkombo. Na gut. Nicht Vollkombo, aber Fritz. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Gigi, tausend Schaden. Ich auch haben wir. Ich geh nochmal vor. Ich auch in 50 Sekunden. Guck dir mal den Fight gegen diesen Boss hier an. Ich hab ein Lasted gezeigt. Oh, ich will gleich mal meine Ulti zeigen. So meine High-End-Ulti. Ja, das Universum allein tötet nichts. Leider Gottes. Könnte vielleicht noch mal daran liegen, dass es immer noch Level 1 ist. Ich stehe jetzt so auf die Tashi. Level 13. Ich stehe jetzt so auf die Tashi. 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 Okay. Oh. 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 So. 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 Der Hitachi schlauer würde er sich jetzt aufhalten. Ach, den mache ich ganz easy. Ich glaube, der Wund wird ein bisschen... ...so einfach. Ja, egal. To win is win. Ja, richtig, ja. Ich streite mich gerade hier oben mit jemandem. Aber ja, normal fight. Normal fight. Es ist mehr Gold erforderlich. So, und ich muss wieder bei den Drachen. Warte, den angeschwächten will ich noch nehmen. Oh. No. Du da. Oh. So. Den wollte ich noch haben. Ich habe mich noch angeschwächt. Boah, der Tor geht mir so auf die Säcke. Und ich muss wieder auf die Säcke auch auf die Säcke. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Woh! Du wilde! Ich merk schon, der steht auf mich! Ich singe Lied für dich, ich glückte ich stehe auf dich. Ich singe Lied für dich und dann tragst du dich. Oh, das wird nicht dran zu gehen, ich glückte ich stehe auf dich. Oh, nananananananananana! Bu, du bist hier! Es ist mein Gollem immer noch warm. Na, aber gut, die sind aus Level 30, ich bin 18. Ja, das ist Level 18. Das ist Level 18! Kannst du mal auf euren Flanken pullen? Na, Moment Oh nein Das war jetzt schlecht geplant von uns Scheiße So, ich habe eigentlich 20.000 bekommen Ja, warte, ich pull sie dir jetzt alle zusammen Hol schon mal nur ein Spell ready Na, deine Hauptulti Ne, meine Hauptulti ist das Universum Okay, er kann mit einem Terrasse fahren Das heißt, er wird 30 Nein, 20 Das einzige, was ich mit der Ulti fahren kann, sind die normalen Unheiltshüter Wenn die nur 5000 Leben haben Und dass wir 6000 Damage machen Und ich habe wieder eine Kombi von Universum und normal In 30 Sekunden ist er erstmal Team fad Machst du? Okay Mach die mit normal letztfertig Das ist schwierig, wenn er den Tashi die Stunt Wenn er es mal hinkriegt Auch mit seinen Ja, mit seiner Veda, mit seiner E... Ne, mit seiner R Der Wirkung Der silenced dich Okay, end the fuck Ja, ich muss wieder runter und zu farben Mehr Damage Du musst die Wand hinten können Alles hier rein Bitteschön So, einen Moment Kurz einkaufen Ich kasse hier immer noch zu viel von den Featern Kannst du immer bei den Flecken locken? Och, ja Vielleicht sollte ich hier immer welche holen Das geht doch noch ein bisschen enger So Ja, ja Ja Alles hier rein Alles hier rein So Ja 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 Jo, 66.000 Merbu Der reichte Ja, wie auch gerade mehr Ja, wie auch gerade mehr Ich muss mal ganz kurz in deren Base Ich muss mal ganz kurz in deren Base Deine Item kaufen Deine Item kaufen Hat geklopft Hat geklopft Hallo Hi Ja 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 Nee Ja Da Juckers Die Die E Die Die kriegt dich. NIEMALS! Die Oberer. Nee. Ohohohohoho! Jetzt wär's Schneider. Die Oberer. Äh, geht irgendwie in eine komische Richtung. PAN! ط Cord... Unser Held! PAN! Es knackig � вас прямо auf! voixenses. Oderß mord. Nichtsんだ! Man sieht hierа! Was was denn hier? Ah ja, interessant. Au! Ja, und da wurde etwas gefragt. Was ist mit mir? Ich gucke mal zu. Äh, Jan, du siehst mich jetzt nicht. Ich hatte auch nichts Röses vor. Du bist dran. Stefan. Stefan. Ja, natürlich. Bei mir ist er schlau genug. Siehst du das? Na gut. Wenn unser Held ist... Röder, ich will meine vollkommen reinhauen. Röder, ich will meine vollkommen reinhauen. Röder. Na, dann beeil dich, weil die Hälfte stirbt. Röder. 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 Das Problem ist, ich hatte auch schon 23k gekriegt. Oh, habe ich dich getötet? Sie spüren. Röder ist gefallen. Röder. 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 Mal gucken, wie schnell ich bei den Golems formen kann? Oh, jetzt zieht er nämlich noch mit. Ah, ich hab mal ein bisschen die Items geändert. Oh, das ist viel zu wenig Crit. Oh, die ganze Zeit den Falschen angegriffen. Oh, das ist viel zu wenig. Hast du noch ein bisschen was gekriegt? Oh, das ist viel zu wenig. Oh, das ist viel zu wenig. Oh, das ist viel zu wenig. Fühlen Sie sich vielleicht ein bisschen besser, wenn Sie wenigstens antöten können. Oh, das ist viel zu wenig. Oh, das ist viel zu wenig. Ich meine, verlieren Sie so oder so, weil er mich sowieso nicht kaputt ist. Oh, das ist viel zu wenig. Ach ja, Jan, geh du mal. Geld könnte ich nicht mehr holen. Ich guck zu. Ich guck zu wenig. Ich guck zu wenig. Jetzt noch der Postratoren sind 6000. Leuchten ist. Leuchten ist. Du hast verantwortet. Leuchten ist. Okay, dann machen wir es so. Ich fahre mir so lange, bis ich sterbe und dann bist du dran. Ah doch, ich verliere ja Leben. Ja und dem muss es nicht. Ich bin 16. 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 Jetzt tötte ich auch keine mehr. So, noch besser geht's nicht! No, ich soll, komm mal rein, komm! Ich kann nur das machen, und das und das und das. Das... Weiterfahren Der obere! Okay! Der obere! Ich muss kurz einkaufen Der Held unseres Verbündeten ist gefallen Ich auch Es ist mehr Gold erfolgen Ich hab sogar recht Ich hab sogar recht, das ist der obere! Hm? Nee Ich hab immer recht Oder? Oh Okay, Taschete Susano Hast du wieder alle Ultis? Nein, bloß Universum Okay, dann mach ich mal kurz Und würde man Itachi spielen können Wäre dieses Susano noch stärker Da würde er nämlich gar kein Damage mehr bekommen Oh herrlich, ich könnte so stundenlang fahren Oh herrlich, ich könnte so stundenlang fahren Ich hab noch mal kurz 20 Stausen geholt Oh Au! Oh Okay, ein bisschen vom Buch fernhalten Nervt mich nicht, Buch Oh 200.000! Ich kaufe nachher ein Ich kaufe nachher ein Oh, zum Glück über 66,000 Stausen Es ist mehr Gold erforderlich Lot Ohhhh Ich kann einfach stehen bleiben. Ja! Ich kann einfach stehen bleiben. Oh, Zuna! Okay, noch mal jetzt! Ich würde keinen Nulli-Damage. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei unseren Büchern. Ja! Sie müssten mal irgendwie 500 Bücher oder so einfügen. Sollen wir es mal beenden? Ja, sehr. Ja! Es gibt bisher noch nichts. Ist das der Richtige? Der Stun muss weiter bestehen! Kommt mir genau! Ich versuche ihn noch mal zu stun. Ich habe auch noch einen Stun. Lass nur rein. Ja! 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 30 Kills sind zusammengefallen! Ja, wir haben ja dann schon direkt angefangen zu farmen, aber... Naja, wird leider. Naja... Das war's nun wieder mit einer Runde FOC! Bis zum nächsten Mal! So, bis zum nächsten Mal! Tschüss!